So, Party? Party. Ah! Okay, warte mal, ich bin noch gar nicht ready. Ich bin noch gar nicht ready. Ich habe meine Ohren. Ich will nicht den. Okay, halt mal kurz bitte den Sammel. Ah, das fällt dir schwer, ich weiß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das hier ist Tools Up. Offensichtlich ist das ein Werbevideo, weil das jetzt hier irgendwo... Wahrscheinlich über mir. Oder in meinem Face. Ja. Ganz kurz. Oh, ganz kurz. Maxim ist mit dabei. Hallo. Wir spielen das jetzt. Das ist so ein bisschen Hausflipper von oben. Also man muss so Häuser renovieren. Oh, nochmal belohlen. So. Hab ich auch gesagt, dass wir das machen, ne? Doch, doch. Ich glaube, ich möchte der kleine Dicke mit den Würstchenohren sein. Ich kann hier rein. Doch, ich kann hier rein. Lass mich mal. Hallo. Ja. Oh. Oh, ich habe... Oh, ich habe... Oh, ich habe... Auer auf deinen Schädel. Nein. Oh, ich bin... Oh, lol. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein, nein, nein. Oh, lol. Ich bin hingefallen. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Alter, das ist wie bei Werner, weißt du? Mit Röhrig. Ich weiß, glaube ich, ob ich nicht über die Wand... Oh, Leute. Okay, was müssen wir jetzt eigentlich... Ich habe keine Ahnung. Ah, nee, wir haben keinen Zeitdruck. Wie kann ich... Oh, Leute. So, was musst du jetzt hier tun? Farbe ist ganz schön. Warte mal. Oh, ich bin ausgerutscht. Alter, wie der auf... Alter, guck mal, so steht doch keiner auf, Alter. Er ist einfach übelst noch tollpatscht, aber Breakdance. Oh, la shit. Warte mal, ich soll jetzt F drücken? Oh, ich habe einen Plan. Aha. Wir sollen irgendwas bauen. Pass auf. Die Wände sind rot und wir haben da oben den Pinsel. Guck mal da oben links. Ja, ich sehe den. So, und mit der Farbe, die wir jetzt ausgekippt haben, müssen wir jetzt die Wände streichen. Sicher? Die Wände? Ja. Weil es sieht so aus, als wenn der Boden violett ist und wir müssen den weiß machen. Nein, die roten Wände, Alter. Also hast du schon mal den Boden weiß gestrichen? Ich weiß, dass du keinen Bock auf Fliesen hast, aber das geht mir zu weit. Ich gehe jetzt hier ans Klo. Oh mein Gott, wir haben den übelsten Zeitdruck. Ja, wir haben wirklich. Ich kriege noch die Farbe. Wo kommen sie hin? Vielleicht kannst du sie an die Wand schmeißen. Okay, ich habe es gemacht. Das war falsch. Aber wir haben kein Gerät. Wo ist das Gerät? Ja, der Streicher, ne? Ey, lass mich mal los. Du musst ja auf jeden Fall auf die... Ah, das ist... Hey, aber vor allem, es muss ja ultra fast gehen. Ich glaube, wir sind trotzdem in den Boden stehen. Ja, aber er will, dass ich hiermit irgendwas... Mein Controller ist as smooth as fucking shit, Alter. Aber guck mal. Warte, wie weit ich den jetzt werfen werde. Wow! Okay, wir müssen gleich mal, wenn die neue Runde beginnt, nicht den Eimer wegschneiden. Aber es war Spaß. Wenn ich dich jetzt nehme und in die Pfütze werfe... Don't do it. Nein! Okay. Jetzt der Plan. Wir sind tot schon wieder. Ja, schon wieder. Jetzt der Plan. Wir gehen direkt zur Rolle. Weil wir müssen einfach alles machen, was die sagen. So, das Ding nehmen. Doch, nimm. F. Aufmachen. QE machen, weil wir... Guck mal, jetzt sollen wir zu den Dings gehen. Und jetzt... Ich kann streichen. Wie konntest du das machen? Ich hab da die Aktionstaste dran gedrückt. Guck mal, ich drück da einfach nur die Aktionstaste. Dann macht das... Und dann... Zack. Du hast nicht genug Farbe. Ah, jetzt hast du es gemacht. Du musst echt doll draufdrücken. Jetzt hast du richtig viel Farbe. Ah, lange drücken, du Bitch. Ich hab's doch gesagt. Scheiße, fehlt noch irgendwas? Nochmal gucken. Ich glaub, wir müssen reingucken. Und dann dürfen wir drehen. Gönn. Gönn. Jetzt kann ich erst drehen. Hier haben wir noch eine vergessen. Schnell. Gönn. 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 Gönn ihm jetzt. Alter, du hast nur die halbe Wand angemalt. Keine Farbe. 92% nur. Shit. Wo ist denn... Ah, hier. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wo war der nicht gegönnt? Hier? Nee, hier. Genau da. Ja. Voll gönn. Voll gegönnt. Räum auf. Fünf übrig. Fünf? Wie aufräumen? Was? Ist das aufräumen? Oh, nein, 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 nein. Räum jetzt das auf! Ich kann nicht! Also, meiner hat genau die richtige Reaktion gehabt. Face palm. Alright. Alright. Next try. Das ist level, by the way. Tür auf! Tür auf, Farbe! Sorry. Nee, ich... Gönn. Gönn! Oh, nein, geh weg! Alter, lass mich los! Ja, klar. Habe ich auf die scheiß Farbe. Alter, wieso gönnt der... Der Boden ist rosa! Okay, jetzt absprechen. Halt noch! Ja, nur noch die Ionen fehlt. Du kannst schon mal aufräumen. Machen wir schon mal auf! Machen wir die Tür auf! Mach den Plan auf, du! Mach die Tür auf! Nee, gar nicht! Mach auf jetzt! Wird's aufgeräumt? Nein! Guck, zwei noch übrig! Hol den anderen Eimer! Hol den anderen Eimer! Schnell! Ich renne! Zwei noch übrig? Was sagt er? Drei übrig? Hä? Wir müssen auch raus. Du bist auch Müll! Oh, ich bin Müll? Ja! Du bist... Okay! Oh, fast golden! Wir haben eine Sekunde immer verkackt. Okay, gönn! Gönn! Ja, so waren wir eben. Äh, gönn! Geh weg von dem Eimer! Gönn! Verstehst du das? Also X. Du nimmst den Sack in den Eimer und da muss wahrscheinlich noch Wasser mit rein oder so und dann... Ja, aber bisher ist nur Sack in den Eimer. Okay, wo ist der Sack? Sack ist drin. Und ich kann jetzt gönnen. Ja, du kannst jetzt gönnen! Gönn! Oh, warum ist das so? Warum ist das so? Ah, darf nicht drüber laufen. Oh, da müssen wir Schlau machen. Ah, das ist nur ganz kurz. Ja, ja, das muss trocknen. Es ist gut, dass wir beide aufs gleiche Feld gehen, anstatt dass du das hier machst! Was müssen wir noch machen? Das ist... Da, wo es grau ist! Ich bin dumm, wenn... Ich bin dumm alle... Bretter verlegen? Ach, wie sollen denn die Bretter verlegen? Wo sind denn Bretter? Müssen die Wand streichen? Aber auch im Flur, ne? Nee. Wohnzimmer. Wohnzimmer ist oben. Und da sollen wir auch noch einen Teppich verlegen. Wir haben doch gar keinen Teppich. Da kommen die Bretter! Tipp! Der klingelt! Hallo! Geh mal ran, ich mach dabei... Gönn! So, wo sollen die Bretter hin? Hier, ne? Ich mach die Farben. Ja. Oh, shit! Alter, was machst du mit dem Bretter, Boy? Alter, konzentrier dich! Er bringt den Teppich. Er bringt den scheiß Teppich. So, was müssen wir jetzt machen? Ich nehm mal den Teppich. Hier soll der Teppich verlegt werden. So, ja, ja. Und dann? Was jetzt? Ich hab schon gemalt. Ja, verleg den Teppich! Gönnplan weg! Alter, was ist mit der Tür? Da liegt ein scheiß Dings, man. Da liegt der kackte Teppich! Alter, was ist die? Ich hab mich los! Nee! Aus dem Glück war der Büsche über dem Bad. Oh, der bringt schon wieder was. Der hat mich mal den scheiß Teppich verlegt. Was machen? Wo kommt der? Oh, shit! Ich hab die scheiß Farbe verkackt. Ja, dann müssen wir das mit dem Teppich aufwischen. Der Teppich muss hier hin, oder? Nein, ins Wohnzimmer! Hier ist das Wohnzimmer. Doch, da steht doch ein Sessel. Oh, das ist ein Wandteppich. Du musst den Teppich hinlegen. Ja, aber ich... Leg den hin. Jetzt machst du Aktionstast auf den Teppich. Und dann grabt er sich ein bisschen Teppich und dann gehst du hier rüber. Okay, irgendwie wussten wir nicht, was wir mit dem Teppich machen wollen. Ja. Aber jetzt Zement schnell. Buttern. Wir müssen das schlau machen. Und während du machst Zement? Ich will müssen auf die Bretter warten. Aber einer kann schon die Farbe nehmen. Ja, genau. Und ich mach die Farbe. Die Farbe steht im Badezimmer. Oh, du... Du, Mensch. So. Schwamm. Gönn, Zement. Gönn. So. Pam, hast gesehen, Häkchen. Oh, was macht der? Der recycelt die Wand. Was recycelst du denn jetzt schon wieder? Pass auf, nicht ausrutschen. Was ist denn der Couch? Aber man kann es wegwischen. Mit was? Und du hast den Boden rausgerissen. Ach, guck mal, hier ist die Müll. Aber ich kann den jetzt nicht releasen. Doch, ich hab den jetzt an die Mülltonne geschmissen. Ich mach jetzt hier den Boden. Okay, ich reiß hier alles raus, was existiert. Was macht denn der Eimer da oben eigentlich? Der Eimer ist Zement, der kann auch raus. RAS! Ich hoffe, wir brauchen den nicht. Oh, okay, beim Müll sollte man nicht auswischen. Ja, du kannst den Müll wegwischen. Wie? Mit... Ja, mit Aufnahmetaste. Mit... Ich kann ihn nicht nehmen. Nebentaste. NACHEN WECK! Was jetzt? Hast du ein Ohr an? Jetzt haben wir kein Teppich mehr. Guck mal, ich nehme jetzt hier Teppich raus. Und tu jetzt schon mal auf die... Guck. Genauso muss es. So. Da kommt wieder was. Da kommt mehr Farbe. Farbe, Farbe, Farbe. Das nimmst du an. Ich bin so nicht gut im annehmen. Angenommen, ich nehme den an. Angenommen, ich nehme den an. Ich bin ja nur gut im Gönnen. So. Ja, das wird... Okay. Irgendwas hat er. Es gibt keine Tasten, mit der ich dir helfen kann. Oh mein Gott, ich habe hierhin geschissen. Oh mein Gott. Okay, ich gönne Farbe. Du machst Teppich, okay? Wir müssen uns beeilen. Wir haben keine Zeit. Ja, ich beeile mich. Aber es ist noch nicht alles rausgerissen. Das ist einfach nur Stress. Ja, also ich bin wirklich... Das ist wie im Umzug, Alter. Das ist auch kein Spaß. Schlimmer. Ja, wir müssen uns mehr werfen. Was macht der Eimer hier eigentlich? Das ist der falsche Eimer. Du musst ins Badezimmer. Okay, ich habe jetzt einen neuen Rekord. Einen Streichrekord, Alter. Nein. Du hast Aufgabenverteilung. Du reichst jetzt hier die Tapete ab, haben wir gesagt. Ja. Ich mache noch das so schnell. Oh, da kommt der Mann, den ich nicht bedienen kann. Den mache ich. Also Aufnahme... Nee. Gönn. Gönn. Ja, siehst du? Manchmal ist er überhaupt nicht gönnerhaft. Alter, das ist so viel. Gönn. Das ist halt eben possible. Oh shit. Hör auf! Wir können es schaffen, wir können es schaffen. I believe. Also es war übel close. Da hätte man auf jeden Fall Silverscrapes anmachen können, aber... Also ich kann jetzt, ich kann das so machen. Eieiei, oh my god. Das ist das zweite Level, ne? Der Müll ist halt ein legites Problem. Ja, das ist generell in der Welt so. Die Botschaft dieses Games. Was ist, wenn wir trotzdem den Müll einfach erstmal in dieses Zimmer genau legen? Du schmeißt so schnell du kannst alles da rein. Da müssen wir halt so die ganze Zeit laufen, ne? Ja, das klingt gut. Okay, so machen wir es. Also wir haben sehr viele Fehler gemacht. Oh, lassen Sie mich durch, Sie sohne Schmocktante, Alter. Garbage. Garbage. Du musst alles nehmen. Du hast... Was hast du? Ich hab... Der Eimer... Der Eimer muss da weg. Der Eimer blockiert... Siehst du, der priorisiert den scheiß Eimer. Jetzt wollen wir nochmal neu starten. Ne, da bin ich Speedrunner. Los. Also... Eimer weg! Der Eimer muss sofort weg. Dann lass mich los! Gönn. Das Wohnzimmer ist unser Endgegner. Das ist jetzt... Das ist jetzt Krise! Ich hab gesagt, nicht! Wir können eigentlich schon wieder abbrechen. Ja, dann los. Aber dann... Wir reißen jetzt beide Müll raus. Okay. Nur Müll? Nur Müll. Kein Zement? Ne. Und während du den Boden dann machst... Mach ich Farbe. Also, gönn. Und nimm den scheiß Eimer da raus, Tom. Keh da rein! Geh weg, Bitch. Ja, mach auf! Ja, ich habe aufgemacht. Da! Zeit! Alter, das wird vielleicht ein neuer Rekord. World Record in Tool Up, Schmul Up, Alter. Bring dir jetzt die Farbe rein. Du bringst den Teppich raus. Alter, wir schaffen's. Wir schaffen's. Ja, wir können's schaffen, weil wir an uns glauben und auch mal ein Team sind. Gönn! Gönn, gönn, gönn! Da ist noch ein Feld! Ja! Räum auf! Nein! Du hast auch umgekippt! Ich nehm die Farbe, okay? Du machst... Du machst... Du machst den Müll weg. Oh, shit. Schnell! Wisch auf! Wisch auf! Ja, ich wische! Ja! Ey, wir sind so gut. Ey, ist noch übelklar. Oh, wie glücklich die sind. Und der... Das ist ein bisschen lang gestreckt, aber ist okay. Ja, Leute. Das ist Tools Up. Das Schöne ist, wir haben uns einen Plan gemacht. Ja. Ist erst aufgegangen. Ja. Also, könnt ihr gerne mal abchecken. Link ist in der Beschreibung. Schaut bei Maxim vorbei. Und Tool Up, Alter. Bis dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss!